Union bis dahin offensiv schüchtern. Das ist Ingwarzen, Bülter, halb Verdacht, halb gewollt und da ist Gentner frei und er macht ihn! 67. Minute gegen keinen Verein hat Christian Gentner so oft getroffen wie gegen die Geißböcke. Hier sein siebter Treffer bereits technisch überragend gemacht und auch da nichts zu machen für Timo Horn. 8. Minute gegen keine Geißböcke.